Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon XD Der Dunkle Sturm. Was hat denn der Arbeiter hier zu sagen? Diese beiden Verrückten haben ein Krypto-Pokémon gestohlen. Einer trug sowas wie einen Mohawk und der andere hatte eine Frisur wie einen Ball. Verdammt, sie haben sich das letzte Krypto-Pokémon geschnappt, das heute noch produziert wurde, bevor die Anlage stehen blieb. Hmm. Das hört sich doch ganz nach unserer Drag Queen an. Na, schauen wir mal. Was passiert hier wohl? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist hier wer? Nein. Hier ist niemand. Sehr merkwürdig. Okay. Na, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Port-a-Portus. Ich denke mal, das wäre so das Sinnvollste. Na? Was ist los hier? Oho. Was haben wir denn hier Schönes? Hm. Interessant. Ein Schiff oder was? Merkwürdig. Na, wir gucken einfach mal, was hier so gibt. Zunächst einmal möchte ich hier ganz gerne mal in den Shop rein. Und mal gucken, was hast du uns anzubieten? Ja. Ist gut. Ja. Gib mir einfach mal dein Sortiment. Der schwafelt hier immer vor sich hin, ne? Ist echt schlimm. Ne, ich brauche keinen Superball. Bist du irre? Scheiße. Egal. Was soll's. Ähm. Wo ist der Byte? Wo war der denn jetzt nochmal? Hä? Egal. Wir gehen erstmal hier zum Ersatzteil laden. Und schau mal. Vielleicht haben die uns ja was zu erzählen. Ah, hi. Junk. Yo, I-Gamer. Große Neuigkeiten. Riesengroße Neuigkeiten. Dieses Robo-Kiragre aus, von dem ich dir erzählte, ist endlich fertig. Als Opa einen Plan ausarbeitet hatte und anfing ihn umzusetzen, kam eine hammermäßige Rakete dabei raus. Komm her und sieh es dir an und hör Opa gut zu. Ja, mach ich schon. Na, komm her. Wie Junk schon sagte, haben wir das Robo-Kiragre repariert. Ein wahres Meisterschück. Hm. Stimmt was nicht? Worum geht's denn? I-Gamer erzählt Old World und Junk, was passiert ist. Starker Tobak, in der Tat. Du meinst, das Krypto-Pokémon-Hauptquartier ist auf der Insel Obscura? Und da willst du jetzt hin? Die Insel Obscura? Kein Wunder, dass keiner die Krypto-Basis finden konnte. Die Strömungen dort sind tückisch und es wehen immer starke Winde. Da kommt man weder zu Wasser noch zur Luft ran. Junk, so war das vielleicht bis heute, aber jetzt sieht die Sache anders aus. Ach verdammt, das war gerade Junk. Sorry Leute. Ich weiß, was du meinst, Opa. Das Robo-Kiragre stimmt. Ganz genau, Junk. Unser Robo-Kiragre ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Also gut, machen wir das Robo-Kiragre bereit für E-Gamer. Komm, Junk. Ei, ei, Captain. Ei, ei. Ei, ei, Captain, sagt er. Oha. Klein, hi E-Gamer. Offenbar erreicht der Kampf gegen Team Krypto eine kritische Phase. Deshalb möchte ich dir etwas geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm in das Erdgeschoss des Labors. Ja, machen wir, Professor Klein. Ein kleiner Auftrag. Für eine kleine Professorin. Aha, da bist du ja. Hier rüber. Drüben am Pier. Das ist das Robo-Kiragre. Ist dieses Baby nicht umwerfend? Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Nö, als Wort möchte ich eigentlich noch nicht. Tut mir leid. Ich muss erst mal zur Professor. Oder zum Professor. Ich weiß noch immer nicht, ob Professor Klein, ein Mädchen oder ein Junge ist. Ganz ehrlich. Sie sieht halt so komisch aus. Und ja, man kann sich da nicht entscheiden, ne? Hallöchen. Hier waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Wir haben viel erlebt. Also, Professor. Was geht? Komm, lass mich mal rauf. Und eine Etage rauf. Bitte. Bitte. Dankeschön. So. Hallöchen. Na? Wie geht's euch allen, hä? Na, habt ihr Spaß gehabt? Aber hier will ich doch gar nicht hin. Verdammt. Ich will zur Professor Klein. Und wo ist überhaupt meine Mutter Jolanda, hä? Kann mir das mal jemand sagen? Ah, ich bin wieder falsch gegangen. Kann das sein? Ach, dammit. Ich hätte hier rein sollen. Na, egal. Was soll's. Ist ja nicht so tragisch. So, Professor. Hallöchen. Ah. Klein, hi, E-Gamer. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir etwas geben. E-Gamer, folge mir bitte. Und was? Ich hoffe, was gescheit ist. Oha. Ha. Hab ich dich erschreckt? Na, folg mir jetzt bitte. Was hast du denn da unten? Was geht denn jetzt ab? Oha. Hi, geh mal hier drüben. Komm bitte her. Mein Gott, ist ja gut. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Dein Kampf gegen Team Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. E-Gamer, hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los. Na los, öffne die Kiste da und nimm dir, was du darin findest. Oha. E-Gamer findet den Meisterball. Das ist ein Meisterball. Das ist ein Meisterball. Dieser Pokéball ist einzigartig. Seine Fangquote liegt bei 100%. Du solltest ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist. Also, nicht locker lassen. Dankeschön, Professor. Nicht schlecht, oder? Jetzt haben wir auch noch den Meisterball, Freunde. Allerdings würde ich mal sagen... Ja. Hm. Was würde ich denn sagen? Wir gehen erstmal zu... Ihr. Da ist ein Pokémon, dessen Herz vollends geöffnet werden kann. Was? Äh, nein. Äh, nein. Geh weg. Wieso denn das? Bin ich doof? Hier ist kein... Ach so, im PC. Ja gut. Brauche ich nicht. Tut mir leid, Leute, aber ich brauche die halt nicht, die Pokémon. Ähm... So ein Mist. Ich muss mal eben überlegen. Ich wäre ja für eine Training-Session, ne? Ganz ehrlich, ich wäre für eine Training-Session. Aber ich wäre auch dafür, dass wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ähm... Komm, wir gehen mal nach Pyritus. Oder? Orkus gibt es hier gar nicht, ne? Ja, in dem Teil gibt es kein Orkus. Tja, schade. So. Wir gehen mal nach Pyritus. Ich wäre dafür, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Ein paar Parts. Und dann uns, ähm... Ein paar Pokébälle kaufen. Denn, ähm... Ja, wir sind da sehr knapp bemessen. Muss ich mal feststellen. Und wenn wir jetzt im Duell-Berg sind, das würde uns nicht viel bringen. Weil da bekommen wir ja keine Kohle, ne? Ähm... Ähm... Der EP-Teiler hat noch immer Schluck weg. Jo, Schluck weg, Junge. So. Einmal bitte hier den Pokémon-Vitalisator. Tja, wir brauchen noch unbedingt ein paar Pokébälle. Also... Da müssen wir was dran tun. Hallöchen. Jo. Lass uns mal bitte hier teilnehmen dran. Danke. Ja, ich streng mich immer an. Was denkst du denn, hä? Ich weiß zwar nicht... Wieso du dich nicht anstrengst. Aber okay. So. Das hier werde ich auch überspringen. So. Jetzt geht es nämlich nur darum, Kohle zu verdienen, Leute. Bisschen Kohle hat noch niemanden geschadet. blamara und ursaring nach level 20 ist doch ein witz level 20 ist doch echt ein witz na egal so haben wir halt leichtes spiel und bekommen hier schön dings geld ich hoffe es gibt viel geld oder hätte ich nach dings gemusst nach fenach ne da ist ja gar kein kolosseum mehr ja kolosseum lagar ne aber ich finde das wäre zu krass oder ich weiß es nicht aber kolosseum lagar glaube ich hätten wir keine chance gehabt gut ich glaube die waren auch alle level 20 level 40 aber ich weiß nicht so roselia ist auch da und selbst kein thema so sehr schön tja nice na was gibt sie uns ach ja hier kriegen wir ja gar nichts das preisgeld gibt es erst am ende ne ja stimmt habe ich jetzt echt vergessen leute schon so lange her dass wir in dem kolosseum gekämpft haben aber noch hatten wir auch nie geldmangel gehabt aber jetzt so ein bisschen ja doch haben wir schon und so ein paar poke bälle möchte ich halt doch noch mitnehmen und ein paar tränke und so und da könnte man so ein bisschen kohle schon ganz gut gebrauchen und warum nicht ne so auch wenn die kämpfe hier wirklich ein witt sind ja sehr schön helft euch mal gegenseitig aber es wird euch nichts bringen nice sehr geil ja 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 schön mach ruhig weiter in den koro kommt rein ach in eko sogar nur okay eine rückkehr nice natürlich ist das unfair leute was soll ich machen wir brauchen unbedingt kohle und ich hoffe davon regnet hier eine menge schluck welches sogar ein level ab hätte ich jetzt nicht erwartet okay nice ja furcht klar du mich auch und da hätte ich jetzt nicht gedacht ein level ab interessant so wie viel kohle mag es hier wohl geben 1000 oder 2000 pokedollar ich glaube höher oder war das nicht höher hier ist das kolosseum pyritus das nächste höhere wäre kolosseum lagar und da würden wir abkacken oder finan ne da gibt es ja keinen mehr ich wüsste sonst keins ganz ehrlich da wäre ich echt überfragt jetzt wo haben wir denn noch eins ich weiß es echt nicht was knack leer um wurde zurückgerufen warum was für ein schwachsinn sehr dumm der teuer keine chance ich hoffe es gibt zumindest 2000 pokedollar ganz ehrlich weil sonst hat sich das hier alles nicht gelohnt was machen wir denn da ich brauche unbedingt pokébälle unbedingt nur ich kann den anderen crap auch nicht verkaufen weil wir die sachen alle brauchen ja ich bin echt in der zwickmühle war so geht drauf na los geht doch brav braves pandir ja schön sehr nice ja ist ja auch keine kunst ne ist ja auch keine kunst aber es ist halt der schnellste weg an kohle zu kommen hm ja finale ja ja gegen tifus hier den punk nennt mich ein punk ne ist klar ja na dann tifus showdown damierplex und capoeira sehr schön tut mir leid dass ich deine pokémon vernichten werde jo bedroher sehr gut mach mal ja du mich auch so eine glute attacke sehr schön das hat gewirkt da 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 tja das war's für dich mein freund 2 1 risiko butterbands hehehe ja was soll man machen ne man braucht die kohle halt nur wenn das jetzt zu wenig war dann können wir das vergessen dann können wir das wirklich vergessen so hier kohle zu machen wie ob soll ich denn hier kämpfen Also ganz ehrlich, soll ich hier bis zum Sankt-Nemann-Einstag kämpfen dann? Ne Jo, sehr schön Eine Rückkehr Und das war's Aber ich brauche ein paar Poké-Bälle Echt, da führt kein Weg dran vorbei Jo, das war's, ne? Haust du rein Ja, nice, wa? Was sagst du? Dich vor dem Kampf eins schüchern zu wollen Hat wohl nichts gebracht Ja, da hast du wohl recht So, jetzt bin ich gespannt Wie viel Poké-Dollar gibt das? Herzlichen Glückwunsch 2.880 Joa Gut, das kann man machen Ähm Gut, das kann man machen Man kann jetzt noch ein paar Sachen verkaufen Die, die wir nicht brauchen Guckt mal, ich bin ein Idiot Ich bin ein Idiot Schaut mal, was wir hier haben Den Flammenwurf Leck mich doch am Arsch Den hätte ich schon lange Flammara geben können Ist das ein Witz? Oh Mann Bin ich blöd Ja, Feuerwirbel Ne, Glut kann weg Oh, bin ich dämlich, Leute Echt So, Flammara kann jetzt auch den Flammenwurf Ist damit noch imber Also noch stärker geworden Eine Aquawelle Was haben wir denn da? Oh, Schluck weg Und in der Koro kann die Hm Ja, in der Koro, ne? Können wir doch in der Koro mal benutzen Benutzen Ne, oder? Am besten Schluck weg Äh, verdammt, nein Äh So Moment Ich kann dir am besten Schluck weg beibringen Das scheint ja sehr vielseitig zu sein Das Pokémon So, Schluck weg Äh, Gesang kann weg Das brauchen wir nicht Sehr schön Äh, was haben wir hier noch? Einmal Psychokinese Ist auch sehr lustig Wir haben hier so So tolle TMs Und können die jetzt nicht Und haben die nie genutzt Und Ist echt witzig So, nochmal Erdbeben Wenn wir Psychokinese nirgendwo einsetzen können Gelernt, gelernt Ursaring Das wär's eigentlich, ne? Ursaring mit Erdbeben Aber was Ja, Erholung, ne? Ähm Ne, machen wir doch Schlitzer war jetzt sehr effektiv Was machen wir denn da? Die Finte weg, oder? Stärke 60 Stärke 100 Genauigkeit 100 Ja Finte kommt weg Sehr geil Oh, Mann Wir werden hier so Immer Fassade So Welchen Pokémon bringe ich noch Fassade bei? Oh Kamerupt Ah Aber Inekoro wäre er auch sehr prädestiniert dafür Oder Blanas Wir können Blanas da mal verstärken Warum nicht? Machen wir doch Die Kugelsaat weg Oh, sehr geil Jetzt züchte ich mir hier Imba-Pokémon So Ja, sehr, sehr geil Der Donnerblitz noch Schauen wir mal Nein, 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 nein Inekoro Okay Ja, warum nicht? Inekoro Mag den Donnerblitz Und zwar für Geheimpower wegmachen Wieso nicht So Das hätten wir alles Ähm Pokémon Haben wir Flamara Bla, 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 bla Gut Jetzt können wir noch die Attacken hier Austauschen Also so wie ich sie halt brauche Ähm So Feuer Feuerwirbel nicht Ähm Mach aber bis Doch, so passt sie schon Gut Ähm Ursaring Einmal bitte Bericht Boah Rückkehr Dann können wir Erdbeben So Schlitzer Erholung Das passt auch Damit kommen wir auch klar So Schockwelle Jetzt können wir hier den Donnerblitz Dann die Schockwelle Dann den Bitterkuss Okay Dann hier den Steinhagel Okay Dann hier Glut Schaufler Glut So Machen wir das so Das ist unser Boden Pokémon Ähm So Und Planas Machen wir doch einmal die Giga Sauger Nach oben Finde dein Fassade Und Mogelieb Schluck weg Kann Die Aquawelle Nach oben Tun Die Schockwelle Toxin Und Bodyslam Ja Das war's Freunde Nicht schlecht Nicht schlecht Ja Können wir noch irgendwas kaufen Kumpel Können wir Machen wir aber dann glaube ich in den nächsten Part Und zwar müssen wir ja dann Hier noch wieder zu einer anderen Stadt hin Weil die das hier alle nicht haben Die Schussels Und ja Gut Unsere Pokémon sind top fit Ne Aber wenn nicht Wir gehen mal eben kurz pennen Ne gar nicht wahr Die haben ja da hinten Haben die doch Oh sagt mal schnell Die haben doch hier die Heilstation Ja dann würde ich sagen Ähm Das war's dann schon wieder von dem Part hier Jetzt haben wir es natürlich in den nächsten Kämpfen noch sehr viel leichter Ähm Weil unsere Pokémon jetzt echt geile Attacken drauf haben Wir werden uns nochmal eben heilen Auch wenn es halt nicht nötig ist Und ja Das war's dann auch schon wieder von diesem netten kleinen Part Von Let's Play Pokémon Colosseum Äh Pokémon XD Der dunkle Sturm E-Gamer bringt ja schon alle Spiele durcheinander Und beendet jetzt diesen tollen Part Bis dann und ciao Euer Let's Play E-Gamer Awww Awww Awww